Hallo, schön dich wieder zu sehen, lieber Hendrik. Du hast ja diesen Rekord bereits einmal gebrochen, bei mir letztes Jahr in der Show. Und da schauen wir erst mal ganz kurz rein. Er kann, geht wahrscheinlich nicht in 20 Jahren im Straßenverkehr Trend, aber wann immer er es machen würde, ist der Mann im Atemraum. Hendrixer, herzlich willkommen. Hendrixer, und wenn ich das richtig verstanden habe, zeigt er uns gleich eine Kombination aus Parkour, Freerunning, Capoeira, Stunts und Tanz. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts mehr vergessen, das reicht aber, glaube ich, auch. Hendrik Leschke. Hendrik Leschke. Hendrixer ist schon dabei. Ich bin Hendrixer, bin 24 Jahre alt und komme aus Dresden. Ich bin Neuzeit Stuntman und sorge für jede Menge Action. Ich bin Neuzeit Stuntman. Timante Schleid! Ich bin Neuzeit Stuntman und sorge für jede Menge Anfausüter Main arm. Bis zum nächsten Mal.